Ah, okay. Ausgehende Verbindung Zug. Ah, okay. Da sieht man die ganzen Dinger. Soll ich das Teil mal nehmen? Ich zog gerade Doom. Wir brauchen eine Pause. What? Jetzt auf Doom. Ist es denn gut? Lohnt es sich denn? Doom. 69% Baugebiet. 78% Baugebiet. Keine ausgehende Verbindung. Keine Schiffe. Flugzeug schon. Nimm zwei Flüsse. Ja, mache ich gerade. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Zwei Flüsse. Aber das ist so wenig Agrar. Und ich bin ja voll auf Bio und so. Das ist eine Jugenderinnerung. Ja, auf jeden. Aber doch nicht in dem Style, oder? Ich muss sagen, ähm, 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 ich muss sagen, dass, dass ich Doom zu, den neuen Teil, zu heftig fand. Und einfach so vom, 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 vom Intro und vom, wie es, wie es halt so losging und so. Fand ich ein bisschen too much. Ja, warte mal. Hier gibt's ja auch in-game Mucke. Ja, dann lassen wir das einfach mal. Okay. Ich hab grad Battlefield 4 gezockt. Okay. Ja, aber es ist, ich finde es ist halt, ja, es war heftig. Es hat ja auch immer den Anspruch irgendwie, das heftigste Game und so. Aber, ähm, ich weiß nicht. Also ich finde es ist irgendwie, es ist halt immer die Frage der, der, der Details und der, der Qualität des, des Bildes. Und die ist ja mittlerweile dann doch deutlich besser als beim ersten Teil. Okay. Ich mach erstmal Pause. Erstmal machen wir Pause, sonst verlieren wir schon mal Geld. So. Und das meinte ich, ich glaub ich muss die Cam etwas hochsetzen. Ähm. Ähm. Da haben wir die Folge drin. Und die Cam. Dann setz ich mich mal hier so drüber. Ja. 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 Ja, ja. Das geht. Also. Kannst du die Grafik herunterstellen. Sehr gut, ja. Sehr, sehr gut. Okay. Wie machen wir das denn? Wir haben ganz am Anfang quasi nur eine, eine Art Straße. Und die benutzen wir. Ähm. Ähm. So. Wie mach ich das denn am blödsten? Ich finde es ist immer gar nicht so einfach hier die, die Basis zu machen. Ach. Ne? Ich hab schon den. Ne? Oh. okay so das heißt wir haben hier massiv erst mal wohngebiete wir fangen mal nicht so ganz groß an massiv wohngebiete und müssen hier dementsprechend aber auch genau das ist mal wieder so ein bisschen schräg ist hier scheiße ich muss eh ich muss eh eine eine verbindung bis hier unten hin machen so ungefähr eine verbindung geht bis hierhin what warum kann ich jetzt auf einmal doch die anderen bauen warum das war doch vorher nicht möglich okay wir machen hier einbahnstraße in die richtung und hier eine einbahnstraße in die richtung so bedeutet dann dass wir in dem bereich ein bisschen commercial machen können in dem bereich hier hinten machen war fettindustrie zack zack so und jetzt geht es ja schon los was sagt okay 53.000 jetzt brauchen wir natürlich wasser in welche richtung fließt es wenn es fließt nach unten okay das heißt wir brauchen wasser und abwasser und dann brauchen wir natürlich noch strom und für den anfang nehmen wir dreckigen strom und das setzen wir hier irgendwie setzen wir erstmal hier so hin so und ich glaube wir machen mal auf geschwindigkeit 2 oder so ganz schnell muss es nicht sein aber auch nicht so ganz ultra lahmarschig bei mir verdursten bei mir verdursten die leute immer in skylines die verdurste wie die verdursten machst du keine wasserversorgung oder was jawohl und los geht's die bauen hier fleißig ach es reicht okay jawohl was haben wir denn hier der erste quickie markt oder was ruhiger eckladen und eine drogerie na guck mal die eichenresidenz die olivenresidenz magnolienresidenz alter was abgehen victoria ah moment wir machen momentan mächtig minus alles runterfahren genau alles runterfahren dann sind die kosten gerade nicht so hoch und es bauen sich hier so langsam die fabriken auf sehr gut schön ah ok shit das habe ich nicht ganz bedacht das habe ich nicht ganz bedacht dass ich dass sie jetzt da alle abbiegen wenn die reinkommen ich weiß nicht ob das so gut ist weil wenn die hier abbiegen und hier mächtiger verkehr ist und hier irgendwann die lkws aus der richtung kommen man müsste hier eine links abbiegen verboten spur machen aber das wird wohl nicht irgendwie nicht einzuführen sein hier hinten gibt es auch schon kleine kleine läden gemischtwaren druckerie und die sind alle happy ausreichend arbeiter das ist auch selten da fehlen ein paar arbeiter cool noch noch alles schön neue errungenschaft freigeschaltet nebliges wetter okay was für eine errungenschaft das ist auch selten 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 Vielen Dank.